Keine Ahnung, ob Sie nicht hören können. Sie müssen nach oben ruhen. Hören Sie mich? Nach oben! Okay, ich soll nach oben. Gib mir einen Moment, um mich hier einmal kurz umzugucken. Also ich brauche hier eine Menge Stase. Und ich brauche hier... Was bist du? Okay, komm hier in eine... Nein, ich will den... Nein, ich will den in eine... Kann ich da irgendeinen... Ah, okay, so kann ich aufhören. Ich will erst den Energieknoten. So. Es hat irgendwie was... Hm. Es hat irgendwas mit Schwerkraft zu tun, dieses Ding. Da. Und da. Und da. Okay, und jetzt? Schwerkraft online. Hä, was bist du? Ah. I got it, I got it. Okay. Ähm. Muss ich jetzt hier einmal Stase anwenden und dann... Auf, Isaac! 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 Ja, dann sind die auch einmal befestigt. Läuft doch alles. Da drinnen scheint eine Supernova zu sein. Okay, oder irgendwas, was ich nicht kenne. Schneller. Yep. Okay, it works. Yay, ich hab die Schwerkraft. Die Schwerkraft ist jetzt offline. Schön. Kann ich ihm den Ding Schubs geben mit irgendwas? Nö, schade. Ich dachte, ich könnte das Teil jetzt hier irgendwie... Wie ist das Ding ist wieder oben? Och, Meno. Ähm. Wie mach ich nochmal den Sprung? Schnell, Isaac! Raus da! Okay, okay. Ähm. Z war am Boden ausrichten, ne? Ne. Y? Ja, Y. Oh, fuu. Da ist... Da... Da war... Was bist du? Was ist denn? Halbleitergold! Oh, wie geil. Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt hab. Okay, die werden da irgendwie eingelagert. Nett. Aber ich möchte ja eigentlich da wieder raus, glaube ich, oder? Hä? I totally don't get it. Muss ich da... Okay. Was? Ich hab irgendein Schema eingesammelt. Ähm. Ich hab irgendein Schema eingesammelt. Ich weiß nicht wofür. Ich guck's mir gleich an. Vor allem hab ich schon zwei Schemata eingesammelt. Ähm. Was bist du? Schwerkraft aktivieren? Nö, noch nicht. Noch nicht. Ich guck mich hier nochmal kurz um. Fliegt hier noch irgendwas? Nö. Okay, Schwerkraft aktivieren. Klonk. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Warenänderung? Nein. Wenn sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße. Das Signal wird schwächer. Folgen Sie im Obst, wenn alle los. Wer auch immer du bist, warum auch immer du mich retten willst. Okay. So, ähm. Da haben wir. Impuls. Ach so, Medipack Mittel und den Ripper. Oh, wie geil. Oh, ich hab den Ripper geliebt in Death Space 1. So eine schöne, sadistische Waffe. Mh. Der Ripper macht einfach nur Laune. Naja, der Ripper für 8000. Aber ich habe leider nicht das Schema für Ripper klingen. Ähm. Hm. Will ich mir den Ripper holen? Ich weiß es nicht. Das sind alles nur so, so eins gegen eins Waffen irgendwie so. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Der Ripper macht Laune. Er ist echt, er ist echt lustig. Aber der Zweitschuss ist doof. Und das Ding ist, ich weiß es ist nützlich und mächtig, aber Ripper, hallo? Ich kann mit dem mal ein bisschen rumballern und dann wieder verkaufen, aber das wäre Geldverschwendung. Ne, 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 ich bleib bei meiner, ich bleib bei meinem Spruch, äh, ich kaufe mir das, also das erste Ding aus dem Shop, wofür ich die nächsten Schemata für die Munition finde. Ohne das kaufe ich mir. So. Weil ohne Munitionsschemata habe ich keine Lust rumzulaufen. Ohne Munitionsschemata habe ich keine Lust rumzulaufen. Was haben wir denn hier noch schönet? Kryokammer, Kohle, nothing from Interest. Benji Baby, Benji Baby, Benji Baby, Benji Baby. Ich habe zwei Stück. Dann overpowern wir mal den Plasma-Cutter. Ja. Kann ich hier eigentlich auch wieder wegnehmen? Nö, kann ich nicht. Gut. Oh, eine Speicherstation, wie sozial ist das denn? Dankeschön. Aber ich habe noch gar keine Lust aufzuhören. Ich bin gerade so schön dabei, Dead Space zu spielen. Ähm, Basch. Oh, ich bin schon in Kapitel 5. Wow, gar nicht mitbekommen. Ähm, weiter geht's. Isaac Clark ist wahnsinnig genug, um in diesen wunderschönen Schacht zu klettern. Ach, fick dich, ey. Isaac, wir müssen mal über gesunden Menschenverstand reden. Guck mal, da sind Menschen in diesem Schacht gestorben. Äh. Das üben wir nochmal, Isaac. Das üben wir nochmal. Was steht da eigentlich auf seinem Hinterkopf drauf? 0, 2, irgendwas, bla, bla, bla. Egal, ich bin Mr. Security Man. Und auch noch, äh, staatlich geprüfter Weltraub-Ingenieur, der gerade durch die Decke gefallen ist. Wow. Zur Abwechslung hätten sich mal die Nekromorfen erschreckt, wenn hier welche gewesen wären. Ah. Munition ab. Waren das 10.000 Credits? Oder waren das 1.000? Ich glaube, ich habe mich verguckt. Oh, lieben Motherfucker. Ja, da ist nichts mehr. Ich will alles mitnehmen. Nein, Schatz. Äh. Das war nicht, weil ich hier drin nicht mehr erkennen kann, was das eigentlich alles ist. Scheint so eine Art Lager zu sein. Okay, Wandgekritzel a la Unitology. Marker-Wahnsinnige. Ein Schema. Strahlen-Munition. Das ist für das, für das nicht... Okay, cool. Das heißt, ich kaufe mir das Strahlen-Gewehr als nächstes. Weil ich jetzt die Munition dafür habe. Aha. Schön, oder? Schön, ne? Mhm. Oh, fuck. Da wollte ich nicht schießen. Okay, Harpoon-Zeit. It's Harpoon-Time, Daddy. So. Papa ist zu Hause. Oh, Seite, meine Schnucki. So. Bloß nichts vergessen. Hier könnte überall irgendwas Wichtiges liegen. Ich nehme sogar 5 Cent mit, wenn ich sie finde. Oh Gott, Kinder. Okay, gegen die Kinder gehe ich so vor. Das sind Kleinkinder. Also Babys. Oder Baby... Nicht Baby-Babys, aber... Es geht schon mal in die Richtung. Es sind Kinder. Es sind nicht die Schreikinder von vorhin, die mich so abgefuckt haben, aber... Es sind Kinder. It's motherfucking children. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Komm, ich hau dich auch so kaputt. Fällt ihnen ein. Hat ihnen jemand beigebracht, dass es unhöflich ist, Leute anzuschreien? Und alles voll zu bluten. Ich hoffe, das machen die wieder sauber. Ich bin Security und kein Reinigungspersonal. Also wirklich. Okay. Wunderschöne Markerportraits. Nothing left to do. Kirche. Wow. Oh wow, diese Inneneinrichtung. Ich kriege Orgasmen dabei. Sieht einfach nur geil aus. Es ist mir hier zu ruhig. Was bist du? Du! Okay, ja. Ah, wow. Nein, Kinder. Nein, nein. Schreikinder. Kommt her. Hä? Einmal. Komm her. Alter. Nein, nein, nein. Isaac, nicht jetzt nachladen. Oh, Isaac. Ah, ich pügel mich einfach so durch. Durch diese kreinere Zahne. Alter, in solchen Situationen ist dieses Harpunengewehr Gold wert, wenn man nicht so eine neurotische Angst-Bolzen wäre wie ich. Was? Oh, immer wenn ich gerade am Nachland bin. Oh fuck. Oh fuck. Nimm das Ding da raus. Nimm das Ding da raus. Puh. Okay. Ich brauche mehr Schuss auf dem Harpunengewehr. Ich brauche mehr Schuss auf dem Harpunengewehr.